moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute geht es wiederum crosshaut und dieses update die stahl meisterschaft war leider nicht das einzige denn heute kam ziemlich viel raus erstmal haben wir hier oben noch ein geschenk was ich öffnen werde und ist klar jetzt so wie haben bekommen was haben wir denn bekommen ach so wir können jetzt okay ich verstehe wir können jetzt durch coupons ein teil herstellen glaube ich zumindest oder es ist allgemein so ich weiß es nicht ich habe leider auch jetzt gerade die zutaten nicht dafür somit können wir das nicht testen aber das kein problem denn es kam jetzt auch die neue map raus krater die neue map krater ist raus und ja vielleicht haben wir das glück und wir können die gleich mal testen so da haben wir das event und es hat sich so einiges auch hier verändert hier ist einmal die umfrage um das spiel besser in zukunft zu gestalten hip-hop-hop können wir jetzt hier mitmachen oder auch nicht je nachdem ich mache das später ist alles easy peasy so was mir aber hier schon auffällt das ist ein bisschen blöd gemacht die fragen sind auch hier auf englisch und alles hier ist auf englisch hier steht umfrage auf deutsch ne das ist ein bisschen schon minuspunkt auf jeden fall an der stelle wenn dann schon richtig und sonst gar nicht so ja gut wenn man wenn die meisten also viele können ja auch nicht so flüssig englisch somit ist es halt ein bisschen schwierig wenn man spiel auf deutsch spielt und hier alles auf german steht sollte dann auch die umfrage auf deutsch sein finde ich so was meint ihr schreibt es in die kommentare gut die neue map ja leider ist es halt so dass wir uns die maps noch nicht aussuchen können deswegen finde ich das ein bisschen blöd deswegen müssen wir auf ah guck mal hier haben sie auch verendet also hier oben das haben sie verändert gibt jetzt nicht mehr diese drei mit level 4 6 und 10 oder so keine ahnung alles klar ja ich würde sagen wir versuchen unser glück das ist leider die standard map und unten können wir jetzt auch noch was sehen ist auch komplett neu die anzeige unten ja hast du auf jeden fall gut gemacht hier merkur oder kriegen gleich so besuch aber das war natürlich ziemlich blöd gerade von mir ja ich habe die ich habe mir zwei gute shotguns geholt nur weil die reichweite ist nicht so extrem aber die ist halt ziemlich gut denn ich habe hinten auch noch so ein passiv kühler drauf lass mich doch durch gut gemacht bruder die kommen ja alle ab hierher zum erschießen läuft doch zwei kills hast ja das ist mein auto gerade der sich noch zusammenbauer quasi aber erstmal so halt mit zocke ist leider auch nicht die map die wir uns jetzt vorstellen ich hoffe die kommt noch sonst muss ich die noch mal reinschneiden die soll halt ziemlich gut sein gut sein gut 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 Vielen Dank. Oh, das war so klar. Samantha. Du geile Schnecke. Komm mal her, jetzt hier. Oh, der explodiert gleich. Nice, Michael. Sieht aber nicht gut aus für uns. Oh. Tja. Passiert, ne? So, mal schauen, wann die Map kommt. Immer noch nicht. Oh, das war's. Die Böse ist unterteilt. Ja, zu zweit haben wir nicht so viele Chancen hier. Ja, ich habe mir auch noch überlegt, vielleicht noch so ein unsichtbares Teil mit dran zu bauen, wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, das ist nicht gut. Noch weiter ziehen zur C. Ja, geht auch weg. Ja, haben wir gewonnen. Ja, geht auch weg. Ja. 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 Das ist ein kleines Schuss, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Map jetzt nicht finden. Oder ist es keine PvP Map, aber doch, doch. Im Trailer war das halt so mit PvP, doch, doch. Ich habe den Taten auf den Biss, cover me. No Heroics, boys. Attack from the rear. Obwohl kack auf ihn Ah, schade Wir verlieren den Rund, Leute! Ja, das haben wir auch verloren. Wir verlieren den Rund, Leute! eco- Vielen Dank. Vielen Dank. Die letzte gute Map, die neu so dazukam, die hat auch extrem lange gebraucht, um, dass wir sie so bekommen haben zum Spielen. Irgendwie schon ziemlich komisch und deswegen werden wir dann, werde ich dann das so machen. Ist halt einfacher. Oh, direkt in das Hornissenest hier. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. PEOPLE! Blood for blood, boys! Kill! 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 Ja, gut! Kill! 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 Hell! packing! Well done, that's wrapped! Munition hat er aber ziemlich viel Also Leicht auf jeden Fall Oh mein Gott Er hat versagt So Ja gut Ja schade, dass wir die jetzt nicht gefunden haben Gut Leute Ich werde das nochmal kurz nachlesen sonst Und sonst spiele ich noch eine Runde weiter Und wenn ich die Map finde Dann gibt es ein kurzes Map Video Und ja Vielen Dank für's Zusehen Bis zum nächsten Mal Hau da rein Ciao Ciao